Hallo Leute, wie versprochen, zeige ich euch hier ein Live-Spiel, das heißt ihr könnt live zugucken wie wir spielen, also nicht hier Kino-Modus, Theater, alles, Replay, Ausdenken was man sagt, alles, deswegen ihr seid live dabei wie wir spielen, bin mit ein paar Hängern in der Lobby, wir sind gerade zu fünft, einer ist gerade gegangen, leider kein Plan, warum ja, Maps sind ja hart in und Mischen, wird gerade Mischen gewählt, also wie es aussieht, seht ihr Gameplay auf dem Mischen, ja, wieso könnt ihr mal meine Klassen sehen, so sieht das ganze aus bei mir, natürlich nur eine Kimmung, ne, ja, was in der Lobby gesagt wird, könnt ihr leider nicht hören, keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwie geht, dass man das irgendwie, ja, kein Plan, ob man das irgendwie aufzeichnen kann, wenn ja, lasst es nicht wissen, ich hab keinen Plan, wie das geht, äh, ne Fliege, ähm, ja, also, soviel zur Taktik werde ich jetzt nicht erzählen, aber Taktik Mischen kenne ich ja schon von mir, deswegen, also ihr seht einfach mal ein Live-Spiel, wie wir so live spielen, tagsüber, nachts, 24 Stunden die Woche. So, ich nehme in diese Klasse, mach mal sehen, hier, so sieht das bei mir aus. Lass mich bitte durch, lass mich bitte durch, lass mich bitte durch, lass mich bitte durch, lass mich bitte durch. So, hier Sparato, ich lasse mich schon erst, komm. Das kommt bestimmt von hinten. Kommt da nicht? Habt ihr die Bombe im Blick? Ich hoffe doch. Also, das, was ich gerade tun solltet ihr möglichst niemals tun, also von der Bombe die ganze Zeit weg, ja? Genau. Manchmal kommt da die Gier durch, weißt du? Das, äh, bringt man auch wie die Kilken, wie ein Psycho, wo gerade... ...verhält er runter, weißt du? Schöner wär's natürlich gewesen, hätte er zwei mit der Deagle weggemacht, aber... Destroy the objective. We got the bomb. Sorry. Von oben rein! So, haben wir den letzten gesehen? Nichts, Hemming, den wollte ich auch gerade holen, ne? Hahahaha! Seit wann spielst du die Waffe, aber du hast aufgehoben, Hemming, ne? Search and destroy. Ja, aber ich wollte ja sagen, Helm, eben die Leute, ich glaube, in der Head. Destroy the objective. Oh, die sind fucking Crossy-Systeme, oder? Das ist das, was ich. Oh, ja. Oh, ja. Oh, die sind fucking Crossy-Systeme, oder? Ach, Gott! Der hat uns an! Fert an! Raus! Raus! Fert an! Fert an! Garni, 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 Vorfahrt sammelt der Mannschaft zum Affen, so kann's geht, Freunde! Ich hab' eigentlich die Bombe, ne? Leute känten hinten, obwohl die Bombe platziert ist, können man sich nicht mehr in die Bombe... Spiel nicht verstanden, Thema verfehlt, 6, weißt du? Könntet ihr hören, was Felix sagt, ey, der kaut immer gut an raus, ey! Was sind die Flashbang? Was sind die? Friendly Cobra inbound. Waaah, ich bin der Kiste. Waaah, ich bin der Kiste. Waaah, ich bin der Kiste. from older standby. Könnt nicht wir Naitt4k Sounds. Naja, wieder hier in Einkdunacht. Da oben zu reißen können wir nichtgeben. Ja, komm, da war mutations. Wenn ihr mehr so wollt, lasst es mich wissen in den Kommentaren, drückt gegen gefällt mir Button oder was auch immer. Tipps und Anregungen bin ich immer gerne offen, lasst es mich wissen, bis dann, ciao! Hehehe